Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ist er gut geworden? Kann man ihn sich anschauen? Oder haben wir nach langer Zeit wohl mal wieder einen Flop im MCU? Die Antwort ist ganz einfach. Vol. 2 ist ein hervorragender Film geworden. Bedenkt bitte, dass die Blitzgedanken, wie der Name schon verrät, sehr spontan und kurz nach dem ersten Kinobesuch zustande kommen. Denn einige Elemente können speziell bei so einem mächtigen, voluminösen Film erst nach dem zweiten, wenn nicht sogar erst nach dem dritten Kinobesuch rausstechen und deutlich werden. Die komplette Geschichte von Vol. 2 ist wunderbar rundgeschrieben. Keine wirklichen Löcher, eine Gesamtentwicklung des Teams, ihrer Situation und ihrer, sagen wir mal, erweiterten Gemeinschaft. Wir haben in diesem Film drei Parteien, die sich gegen die Guardians stellen. Im Zusammenhang mit diesen ergibt sich auch ein kleiner Schwachpunkt, der aber weniger mit den Figuren, sondern mehr mit dem Storytelling an sich zwischen den einzelnen Passagen zu tun hat. Mir hat das Tempo gut gefallen und auch die grundsätzliche Minutenverteilung auf die einzelnen Figuren. Wobei ich hier mal ein Standchen dahinter packe und gleich nochmal das Problem dahinter schildere. Vol. 2 ist ein visuelles Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Gunn und Co. haben allgemein für das Marvel Cosmic Universe mit dem ersten Teil schon einen Standard gesetzt. Mit Vol. 2 heben sie die Messlatte weiter an und pushen auch die visuellen Grenzen weiter voran. Ich persönlich finde zwar Doctor Strange noch einen Ticken besser, aber Vol. 2 ist ganz dicht dahinter vom Optischen her. Im Zusammenspiel damit ist auch die geleistete 3D- und CGI-Arbeit zu erwähnen und zu würdigen. Hier gibt es ebenfalls wie schon bei Dericsons Filmen keine Probleme, keine extremen Auffälligkeiten, sondern einfach nur High-End-Qualität, die wunderbar aussieht und einwandfrei funktioniert. Das Hauptthema des Films ist Familie. Von vorne bis hinten. In allen Bereichen. Egal ob bei den Guardians, den Ravagers, selbst bei deren Splitter-Fraktionen und ihren Leitern. Hashtag Easter Egg Alert. Der Film ist einfach extrem auf diese familiären Bindungen aus und sie alle dienen dem Ton des Films selbst. Und zwar auf positive Art und Weise. Es werden zahlreiche Fragen und Problematiken geklärt, die im ersten Teil kreiert wurden. Aber nicht alles wird gelöst, was auch nicht schlecht ist, sondern für die Zukunft noch viele mögliche Inhalte parat hält. Und auch für sowas wie Infinity War beispielsweise indirekt Vorarbeit leistet. Der Humor ist in meinen Augen eine Anpassung in Hinsicht auf die Reaktionen zu Volume 1. Gunn hat definitiv erkannt, welche Form von Witz bei den Zuschauern gut ankam mit diesem Figurenensemble und hat dies in diesem Film dann weiter gepusht. Was heißen soll, dass wir vermehrt Szenen bekommen, wo der Lacher durch eine Form von Ruhe brodelt und dann mit einer schlagfertigen Aussage, einem relativ simplen Schatz oder einer witzigen Handlung getriggert wird. Und wie gesagt, bei diesem Team und diesen Figuren genau richtig. Schieben wir mal hier die drei potenziellen Schwächen ein, über die ich allerdings noch ein bisschen schlafen muss, um ein endgültiges Urteil fällen zu können. Auch wenn die Geschichte für mich komplett rund war, weiß ich noch nicht ganz, was ich von der Verschachtelung der einzelnen Teilgeschichten halten soll. Für mich wirkt das im Moment etwas zu kantig an manchen Stellen, dass die Abschnitte des Films zu abrupt in den nächsten Bereich übergehen, beziehungsweise nur minimale Übergänge haben. Egal ob vom Prolog zum Hauptgeschehen oder von den einzelnen gegnerischen Parteien zu den nächsten. Es ist immer ein wenig Teilstory, bam, mi 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 mi, nächste Teilstory. Ein weiteres Problem ist für mich das, was ich bei fast allen Trailer-Breakdowns zum Film schon vorformuliert habe. Durch den kompletten Streifen hindurch gibt es wahnsinnig viele Momente und Elemente, die schlichtweg Kopien bzw. Spiegelungen aus dem ersten Film sind. Szenen, wo einfach nur die Figuren ausgetauscht und halt alles drumrum leicht angepasst wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so ein Fall ist, dass Gunn hofft, dass es die Zuschauer nicht erkennen. Ich glaube aber fast, dass das eher wirklich der Stil von Gunn selbst ist und es schadet dem Film ja nicht. Diese Momente passen wunderbar und erfüllen ihren Zweck, aber es wirkt einfach mehrfach nach altes Produkt neu verpackt. Und dann haben wir noch das Thema Charakterentwicklung. Das Hauptteam bekommt fast komplett die Zeit, die sie alle brauchen, damit man als Zuschauer eine deutliche Entwicklung seit dem ersten Film feststellen kann. Dadurch merkt man auch, dass das gesamte Team der Guardians of the Galaxy die Kinderschuhe an sich ablegt, die sie im ersten Film noch anhatten. Trotzdem natürlich das Kindische aber beibehalten. Baby Groot blieb bei der ganzen Nummer aber in meinen Augen etwas auf der Strecke. Es ist klar, dass Gunn Groot Zeit zum Wiederwachsen geben möchte. Gleichzeitig fühlt es sich aber irgendwie an, als wäre da jemand scharf auf die süßen Baby Groot-Spielzeuge und das Marketing um diese kleine Figur. Der Niedlichkeitsfaktor wurde nämlich bei ihm ins Unendliche getrieben. Was zwar humortechnisch dem Film immer wieder gut tut, gleichzeitig aber speziell bei mir jetzt kurz danach an manchen Stellen etwas zu viel war. Ähnliches gilt auch für Mantis, direkt vorneweg, dass es eine toll umgesetzte Figur, aber aufgrund der massiven Filmstruktur wirkt ihre Charakterentwicklung zwar natürlich in ihrer Situation, aber etwas zu extrem beschleunigt. Wo auch wieder der Punkt der abrupten Sprünge im Storytelling zum Ausdruck kommt. Beim erweiterten Cast des Films wurde das besser gemacht, was aber auch daran liegt, dass ihre Rollen dementsprechend geringer waren. Machen wir noch ein paar spoilerfreie Highlights, auf die ihr euch freuen könnt. Guardians Vol. 2 hat mit Abstand den besten Stan Lee Cameo im bisherigen MCU. Ich sag nicht mehr dazu, sonst muss ich hier wirklich gleich einige Klamotten wechseln. Freut euch auf die bisher epischste Szene mit Stan The Man. Der Soundtrack funktioniert blind. James Gunn hat auch hier wieder bewiesen, dass er musikalisch gesehen Trendsetter und Mastermind im Bereich der Filme ist. Aber auch die musikalische Untermalung der Szenen an sich, wo Tyler Bates seine Finger im Spiel hat, ist extrem gut gelungen. Auffällig war für mich, dass es an mehreren Stellen, vor allem in Kampfszenen, wo die Guardians zusammen richtig abgehen, teilweise doch vom Ton her in Richtung der Avengers ging. Dadurch hatte ich, und es ist kein Spaß, mehrfach das Gefühl, dass Gunn hier diese großen Teamkampf-Highlights besser inszeniert und mit Bates untermalt hat, als es zuletzt Whedon & Co. in Age of Ultron gelungen war. Bei den Credit-Scenes, muss ich gestehen, wurde ich überrascht. Und dann aber doch nicht wirklich, weil es letztendlich ein Guardians-Film von Gunn ist. Vier von fünf Szenen leisten nur Arbeit für den Guardians-Franchise selbst. Drei davon sogar extrem. Und die eine weitere ist dann, um es einfach zu formulieren, ohne was zu spoilern, eine Zugabe für unseren Altmeister Stan Lee. Die Mid-Credit-Scene mit Ayesha ist aber, ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen, die coolste, die beste und die vielversprechendste von allen, weil da ein Konzept eingeführt wird, auf das wir schon lange scharf waren. Und was wir hierdurch nun endlich bekommen und in Zukunft auch noch konkreter sehen werden. Definitiv. Gleichzeitig muss man dadurch für einen der kommenden Filme auch schon inhaltlich was streichen. Mehr verrate ich aber jetzt mal nicht. Die Credit-Scenes sind bis zum Ende durch den Abspann hindurch verteilt. Heißt unbedingt sitzen bleiben, egal wie sehr die Blase drückt. Ein von mir versprochenes großes Easter Egg ist eingetreten und ist eventuell sogar noch mehr, als wir uns das hätten wünschen können. Ich verrate keine Details, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir relativ zeitnah nach dem 4. Avengers-Film einen neuen, eigenen, kleineren Franchise erleben oder im dritten Guardians-Teil diese Gesichter wieder zu sehen bekommen. Ein Punkt macht dann den Film aber im Gesamten erst richtig geil und das hängt unter anderem auch mit den Credit-Scenes und auch verschiedenen Cameos zusammen. Gefühlt setzt Guardians of the Galaxy Vol. 2 selbstständig mehr mögliche potenzielle Inhalte für die Zukunft des kosmischen MCUs auf, als es Phase 2 für die Thanos-Nummer getan hat. Figuren, Rassen, Teams. In diesem Film schlummern so viele Sachen, die dann auch in ca. zwei Wochen bei den Easter Eggs kommen werden. Vol. 2 ist dahingehend ein Fass ohne Boden. Die Tatsache, dass Gunn trotzdem alles so verbauen konnte, dass es nicht den restlichen Filmen überschattet, ist für mich heute direkt danach noch immer dieses Mind-Blown-Gefühl. James Gunn selbst bekommt von mir an dieser Stelle auch noch meinen größten Respekt ausgesprochen, denn sowohl das gesamte Marketing, Trailer, Clips und so weiter, als auch seine Interviews sind hervorragend gemacht, nachhinein betrachtet. Jetzt kann man nämlich wunderbar nachvollziehen, warum James häufig Aussagen verdreht, dementiert und angepasst hat. Die Nummer, dass die Trailer sich auf die ersten Momente des Films konzentrieren, waren schon damals hervorragend. Die Storyline war zu erkennen in den Trailern und Clips, aber die besten Parts, die schönsten Elemente, die besten Konversationen, die überraschendsten Gesichter und Figuren, All das wurde im Voraus nicht verpulvert und dafür bin ich Gunn und Co. nicht nur dankbar, sondern ziehe den Hut, dass sie das Marketing dementsprechend durchgezogen haben. Für alle, die noch reingehen, kann ich an dieser Stelle noch sagen, solltet ihr die WoWi-Folge zu den Guardians 3000 und das Special zu Volume 2 gesehen haben, seid ihr bestens vorbereitet auf die inhaltlich verwendeten Figuren. Es schadet wirklich nicht, die darin erklärten Charaktere zu kennen, also eventuell nochmal anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Spoilerfrei gibt es jetzt aber nichts mehr zum Film zu sagen. Eine absolute Empfehlung für alle, die gute Filme mögen und mehr denn je ein absolutes Muss für Marvel-Fans. Vor allem, falls ihr sehen wollt, was Gunn und Co. ins Geheimwohl für die Zukunft vom MCU so im Kopf haben. Die mit Spoilern vollgepackte Review werden wir dann am Samstag in einer Woche machen, dann hat ja jeder schon ein bisschen Zeit, ins Kino zu gehen. Und in der Woche darauf sollten wir ganz normal dieses Thema der Guardians of the Galaxy Volume 2 mit den Easter Eggs abschließen. Und Ende.